Jo, ah, voilà. So, kleine Video-Blogpost. Das hier geht mit dem Sandpfeiler. Da war ich noch für rund eine Stunde. Es sind zwar durch, kommen eh. Ich kriege zwei Punkte und so zwei Läscher. Zwar anscheinend, weil mein Sticker im Auto, also an dem Fenster hier, die gibt mein Gesicht bei hinten rein. So, an äh, die Läscher waren auch drauf. Du hättest anscheinend nicht behörden, den hat nicht gesagt, wir schauen, dass hier so zu sein. An äh, boah. Den anderen Punkt, den auch die Läscher anscheinend nicht dramatisch war, aber auch richtig, das hier anscheinend nicht mehr schlimm gehen. Also, obwohl nicht keiner das ist, als dass mein Stromkabel vom Motorraum irgendwie anscheinend nur beim Motorraum ist. Und dass der Lolo nicht mehr gut ist, wie das. Die Läscher, wie ich so, tut keiner, bis davon geschwärt. Äh. Du hast das immer noch nicht mehr in der Reihe. Du stellst dir inzwischen froh, wollt ihr mal scheißen, du. Oder hört den anderen, dass die Läscher nicht gut gesehen. Ich meine, die Leute, die wollen sich doch scheißen, du. Die wollen sogar, dass ich allgut mich sicher hätte, zu kurz und erstes. Das tun schon jemals mehr ins Sandpfeiler. Und jetzt fändest du dann zweimal kontrolliert, ob es nicht geteint wäre für... Naja, was weiß ich mit denen. Oder zwar einfach, weil das nur sonst ist, weil es vielleicht nur gepisst. Äh. Das müssen wir schaffen. Geht auch andere Leute, die sonst das müssen schaffen, ey. Was weiß ich nicht. Ich fange jetzt schon mal hin, vor dem Schlossinger Fenster zu gucken. Kein Sicherheitsrisiko. Mit seinem Sticker. Weil der Sticker, den hängt, wohl keinen Zentimeter. Mit dem Sichtfeld, das ist. Ja. Am Anfang hast du das, ein bisschen, klein dumm in dein Gesicht. Ich fange vielleicht, weil ich mein Körper in meinem Zoo, weil du nicht viel Bock bist. Und du solltest, für siehern am Weg sind. Und du wärst auch gepisst. Und du solltest, es solltest selber machen. Der Tisch vielleicht wäre doch da. Ja. So. Hallo. Ich fange mich ein bisschen zu schaffen. Planverlo-Libraison.lu App heute zu veröffentlichen. Und äh... Ja. Sind ich wohl gespannt, ob man das jetzt hin kann. Weil ich meine, das würde man das jetzt schon machen. Wenn du mal umherst, wie ein anderer Fehler von uns beschäftigt hat. Dann würde man das nicht hin. Ja. Ich gehe jetzt nicht weiter. Nein, nein, nein. Ich gehe den Markt bestürzen. Ich bleibe ja schon klar. Blitz ist deaktiviert. Hä? Ja. 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 Ja.